So, und damit willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play, oder mal gucken, wie klein es ist, weiß ich gar nicht genau. Und zwar zu LS4A, wir starten hier direkt im Spiel. Ja, ich hatte wieder leider kein Ausgabefenster, deswegen seht ihr jetzt wieder hier ein Auge nur. Ich habe das Spiel schon mal angespielt, aber es ist schon eine ganze Weile her und ich habe es auch nicht durch. Und auf jeden Fall bin ich ganz schön groß, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich hier durch die Luft schweb. Also die Grafik ist ganz okay, aber auf Entfernung ist es ein bisschen verschwommen. Ihr seht jetzt hier auch mein Chaperone-Gitter, meine Raumbegrenzung. Ich versuche mal ein bisschen weiter in der Mitte zu bleiben, dann sieht man die nicht. Ja, das mit dem Laufen ist irgendwie komisch. Der läuft immer nur in die Richtung, in die ich gerade gucke. Wir sind hier irgendwie auf so einer Raumstation. Und hier ist offensichtlich Feuer an Deck. Aber es ist eher so ein Adventure, es ist jetzt kein Horrorgame oder so. Ich hatte jedenfalls noch keine Gegner beim Blitz, wenn ich das jetzt gespielt habe, aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Also da hat quasi auch schon was getan in der Zwischenzeit. Aber ich muss mal kurz gucken, ob ich was an der Steuerung machen kann. Steuerung, normal, ein, rückwärts bewegen, ein, rennen, ein, ausschalten, was? Die Stickachse umkehren, achso, mal schnell, so. Mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Ja genau, jetzt kann ich hier auch in alle Richtungen gehen mit dem Touchpad. Mal gucken, ob ich auch... Vielleicht bin ich auch so groß, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Roboter oder so. Ah, es sieht auch cool aus mit den Reflexionen hier auf dem Boden und so. Also die Grafik ist schon ganz okay. Und wie gesagt, leider ein bisschen verschwommen auf Entfernung. Da vorne ist Rauch. Gehe ich jetzt mal hier. Immer zum Rauch, also wenn es irgendwo brennt, wisst ihr Bescheid? Immer zum Rauch gehen. Da komme ich glaube ich gar nicht durch, da sterbe ich. Reicht das schon? Habe ich den Rauch? Ach nee, hier drüben ist auch noch was. Nee, geht nicht. Ist der Rauch jetzt weg? Jo. Scheint so. Ja, was ist die Tür zu? Ich habe hier so ein, so ein... Ja, mit dem Ding kann ich hier irgendwie die ganzen Schaltern so bedienen. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich über WLAN verbunden. Wo muss ich überhaupt hin? Hier stand da irgendwas. Haltet den Energieverlust auf. Geht zum Maschinenraum. Okay, gehen wir erstmal zum Maschinenraum. Engine room. Ja, das ist eher so ein gemütliches Spiel, sag ich mal. Ich hätte das Spam jetzt mal so weit gespielt, dass ich schon auf dem Planeten gelandet bin. Also wir müssen hier von diesem Schiff runterkommen. Das geht hier auch verschlossen. Aber du gehst auf. Engine room, da müssen wir hin. Wir sollen die Schrumpfmaschine benutzen. Wir sollen irgendeinen Generator ausschalten. Das hier ist die Schrumpfmaschine. Boah, das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich mega komisch an. Wenn er so klein wird. Ich bleib ein bisschen hier in der Mitte, damit die Raumbegrenzung weggeht. Also als ich das beim ersten Mal gespielt hatte, hatte ich sogar noch ein bisschen Motion Sickness. Da wurde mir so nach 20 Minuten oder so schlecht bei der Steuerung. Aber inzwischen habe ich mich daran ziemlich gut gewöhnt. Mir ist aufgefallen, dass mir früher auch immer, wenn ich Treppen hochgegangen bin oder so und dabei Zeitung gelesen habe, dass mir dabei auch immer schwindelig wurde. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr, seitdem ich, äh, seitdem ich, äh, ja, seitdem ich eigentlich mit VR spiele. Ist mir immer so aufgefallen. Vielleicht ist das auch nur eine Einbildung, aber. Das habe ich mir letztens so gedacht, dass ich Treppen hochgegangen und Zeitung gelesen habe. Das fand ich schon ein bisschen komisch, dass mir nicht schlecht wurde. Also man fühlt sich gar nicht, was man hier langlaufen, man fühlt sich eher, als wenn man schwebt oder so. Wenn man halt so, so groß ist. Was soll ich? Ähm, ja. Was soll ich tun? Okay, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Den kann er nehmen. Und jetzt? Ja, das war das erste superschwere Rätsel. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber, oh mein Gott, das war richtig, ne? Das ist die Hauptsache. To the robotic, robotic, was? Das supersprimärziel. Geht's um Roboter-Hub. Okay. Wir haben kein Sekundärziel mehr. Boah, die läuft aber auch langsam Kann ja auch schnell nicht laufen Da geht's nicht weiter Oh Gott Okay, wir sollen den zweiten Aufzug benutzen Ich habe keine Ahnung, wo der ist Wie steht der? Main Deck Cargo holt Ich gehe mal zum Main Deck und guck mal, wo der zweite Aufzug ist Ist wahrscheinlich am Ende am Ende Ja, da hinten bestimmt Ich schieb bei Kontrollen Hier steht gerade nichts von Was war das denn für ein Geräusch? Der eingehört wie R2D2 Da stand eben nichts von Roboter Hub Oh, da Hey Kleiner Warte mal Lock mal nicht weg Ich verstehe leider nur jedes zweite Wort, was die erzählt, die Frau Mirabeleus, eine unabhängige Kolonie und das einzige menschliche Settlement auf Spekulow oft genannt wird als die unabhängige Stadt Der Planet ist irgendwie instabil Habe ich gehört Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe keine Ahnung So, dann gehen wir hier weiter Also der Planet hat zwei Zwei Monde und das ist der einzige Planet auf dem man leben kann In der Gegend Mirabeleus came about as a settlement of miners working the nearby graphene charts Okay, ich verstehe, wie ich jetzt habe, der Wort Okay, jetzt kennen wir ja schon Jetzt haben wir den Aufzug Okay, jetzt haben wir den Aufzug eingeschalten Okay, jetzt haben wir den Aufzug eingeschalten Jetzt hat er richtig fröhlich seine Runden Also er ist wohl nicht eine Stadt auf dem Planeten und da wurde kein Leben festgestellt Okay, jetzt kann er auch schon Das ist immer noch alles zu Wo soll ich jetzt hin? Hallo? Ich gehe zum Roboter Hub Behalte die Blockierung Behebe die Blockierung des Serviceauszugs Ich glaube, wir müssen nach oben Geht nicht Dann zum Engineering Schade Dass wir keine Spiegelung haben Ich hätte gerne mal gesehen, was für ein Wesen wir hier überhaupt spielen Weil ich glaube, menschlich sind wir nicht So, was steht hier? Server Room, Engine Room Roboter Hub, hier müssen wir hin Robotics Hub Okay, wir müssen die Roboter jetzt sicher da rüberführen Nur da hin Okay, das war richtig Das war auch richtig Jetzt kann er nur da hin Und da hin Entweder da oder da Ich würde sagen Ich würde sagen, wo wir mal da Jetzt hoch Hoch Schade Das war falsch Wollte ich jetzt nach vorne anfangen? Ja Okay Nu Fahr Da Da hin Da hin Hä? Oh, das ändert sich jedes Mal Ach nee, Quatsch, ich bin eben gerade ausgefahren Entschuldigung So Jetzt Da hin 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 Da Nach oben? Nach oben Gehen wir bitte nach unten Hä? Wo geht er hin? Ist er blöd? Scheiße Och Mann Ich war nur gerade ausgemusst Oh Gott Na gut Machen wir es halt nochmal Weißt du, schön war Beweg dich Oh, er bewegt sich nicht Oh, er bewegt sich nicht Nach oben bitte Oh Gott Das ist eine Geburt Hallo Bewegst du dich mal bitte Auf die nächste Plattform? Alter Ich erschieß dich gleich Du kleines Mistvieh Rande Los Nu geh doch Oh, alter So So Okay, jetzt kommen wir zur Brücke Wenn ich das richtig verstanden habe Es schläft auch ein beim Laufen Hier Ship bay control Nein Ich könnte nur da hin Untertitelung des ZDF, 2020